Willkommen zurück zu Astroboard. Ich bin euer Fiorreboot und dreht euch das an. Wir sind bald fertig. Die Reise sind bald vorbei. Leider. So, ja dann auf für diesen Bosskampf. Ich bin gespannt. So. Oh ja. Sieht eigentlich erstmal schön aus. So. Vielleicht hätte es mir mehr Gegner vielfalt geben sollen. Oh, wieder Samurai. Komm. Äh, einfach aus dem Grund. Er sah ganz so aus, dass wir immer noch was machen können. Äh, wir haben... Ach, ja, wir haben ja noch einen Bot. Okay. Doch gar nichts zu tun. Stimmt ja. Komm. Ich bin einfach nur um Geld. Oh Gott. Ah. 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 Alles meins Oh, das geht aber jetzt unbekannte Oh Okay, wir haben Vögel schon getroffen Zwei Herzen haben wir So Oh, das waren schon richtig Cool Aha, okay Okay Scheint jetzt mal alles ganz gut zu laufen Aua Nein, er schiebt es mich runter Nein, Mist So schnell war meine Come back Okay, da sollen wir noch nicht hin Boom So So So. Zack. Oben. Jetzt kommen wir schon mal in die letzte Phase. Okay. Was haben wir erlebt? Wow. No! Wie gemein. Mit einem Boss, mit einem Fight. Okay, nochmal. So. Bam. So. Ding, 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 ding. So. Zack. So. Das war ja alles okay. Da müssen wir so ein bisschen vor den Dingern aufpassen. Okay, die flerfen mich einfach trotzdem runter. So. Sehr schön. Okay. Boom. Zack. Okay. Komm her, du blöder Vogel. Zack. Boom. Jetzt haben wir wenigstens noch ein Herz und, äh, ein Leben. Okay. Ich werde mehr schwingen. So. Alles haben wir überlebt. Aber. Gut, damit habe ich ja gerechnet. Haben wir überlebt. Boom. Ah. Er hat mich fast gekriegt. Aber nur fast. So. Und sei jetzt bitte vorbei. Haben wir ihm dann noch Beude verpasst. Aua. Ei, ei, ei. Boom. Und erledigt's. Und ich weiß, komm, ich will sie da schon rauskriegen. Ja, eine Aloy. Wie cool. Ah. Ah. Ah, ei, ei, ei. Sehr cool. Ah, ei, ei. Let's go. Ah, geil. Wir haben eine Weizen-Level dann jetzt. Ah, wie cool. So. Vogel ist platt. Ah, guck mal. Es ist gar nicht lang halt. Ah, wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Ja, dann rein da, ne? So. So. Hui. Oh. Uah. Ach, so langer Hals. Uah. Oh, noch gerade so gekriegt. Hui. So. Hallo. Bomben. Und wir haben was? Noch. Manchmal hat man ja immer rumgeguckt. Ah, guck mal. Oh, wir sind sogar im Verboten im Westen. Uh. Wegen der Golden Gate Bridge. Ah, wie cool. Hui. I see. Sie ist aber nicht so treffsicher. Na gut. Schauen wir mal. Ah, jetzt. Keine Pfeile mehr. Eine Karotte. Nice. Wie cool. Wie cool. Jippa. Einen kriegen auch die Fluss so nice. Oh. 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 Wie cool. Ach so, das ist einfach nur Fokus. Was ist denn hier? Ach, das sind die Hologramm-Dinger. Oh, ja. Oh. 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 Wie cool. Oh. Kann natürlich auch nochmal schlagen. Kannst du dafür dann nicht so einen Sperr rausholen oder so? Ja, das Schießen habe ich anscheinend noch nicht ganz so raus. Grünglanz. Hallo. So, cool, cool, cool. Jetzt zuerst kommt man da irgendwie rauf, ne? Oh, oh. Eigentlich ob das Schießen echt verstehe ich noch nicht. So. Bum, bum, bum. Oh, come on. Ach, da ist, äh... Eren. Yo, what the fuck. Einfach alles nochmal neu machen. So. Achso, jetzt verstehst. Also, wenn ich mir links anziehe, dann komme ich in den Fokus rein und dann mache ich den. Weil ich kann halt so ein Schnellfeuerding machen. So. Okay, jetzt hoffe ich, dass da schon wieder Schuss... Geht. Okay. Sehr schön. Ui, joppa. Sehr schön. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Äh... Ah, nee, das ist nix. Okay. Mein Loot. So. Okay. Bum, bum, bum. So, nice. Äh. Und ein, äh, Wäschschlauch. Cool. Wieder sehr cute. So. Alles wieder sehr, sehr cute gemacht. Cool. Auch mit den Animationen aneinast dem Molo. Oh. Sehr nice. Ah, es gab ein Puzzleteil, oder nicht, ne? Ja, ja, muss. Äh, was war das? Oh. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist irgendwo ein... ...Au-Teil. Der war knapp. Ah, hier haben wir die Staubpadrähte. Also, die können wir gar nicht selber mocken. Da müssen wir auch sieben Gegner reinlocken. Ja. Keiner. Aber die laufen eher runter. Und statt rein. Sehr schön. Was haben wir hier? Jetzt das leider irgendwas. Hört's ja, ne? Ja, was muss doch hier sein. Oder das ist einfach nur eine Anspielung an die... Das ist eine Anspielung an die Dings-de-Boomster, an die Dreiecks-Blumen. Ah, oder ich mach's so. Okay, cool. He-Heh. Ach, guck mal, da. Sehr schön. So. Zack, zack, zack. Ja, bumm. Okay, hab ich schon immer gehofft. Oh, jetzt gehen wir in eine Roboterfabrik rein, oder wie? Hier gibt's anscheinend aber auch böse Fische. Okay, kann ich die kaputt machen? Ja, kann ich, okay. So. Und da hör' ich schon jammern. So. Ist das was? Das ist was. Das ist was. Oh, cool. Oh. So. Gucken wir mal. Jetzt wundert mich eigentlich, dass es keine Chief mehr gibt, hier irgendwie die ganze Grün-Glanze zu sammeln. Das würde jetzt eigentlich nicht angeboten, ne? So. Oh, ein langer Hals. Sehr schön. Cool, cool, cool. Oh. Okay, er hat trotzdem gefungst. Okay. So, so. Geil, dein Bogen. Hallo. So. Der geht hier einfach durch. Macht der eigentlich irgendwas? Ah, da. Wie geht das? Kann ich jetzt einfach abschießen, ey. Irgendwie muss ich hier durch können. Ah, da. Aha. Tada. Da haben wir schon mal alle Puzzleteile. Ah, diese Level sind so schön. So, auch rein. So, und da haben wir das auch reingestolpert. Sehr schön. Und da haben wir den Hirsch. Sehr schön. Kaboom. Sehr, sehr cool. Ja, dann fehlt uns jetzt noch ein Bot. Sehr nice. Ein Schiff. Oh, hi. Nicht, euch kennenzulernen. Aber anscheinend muss ich nicht auf den drauf. Das war doch eigentlich schon. So. Hui. Oder müssen wir ja? Ah, guck mal. Hier. Ah, wie cool. Äh. Äh. So. 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 Oh. Sonst ist hier nix. Ne, du hast doch einen Affe, kein Bot. Fui, joppa. Jetzt geht's wieder rein, okay. So cool. So, verdammt cool. Okay, rein da. Ich will mehr erleben. Oh. So. Hallo. Und natürlich ist Iris auch dabei. Natürlich. Dann haben wir alles fertig. So. 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 Sehr schön. So. Wir kriegen alles hin. Wir sind A-Läufer. So. Hallo, Schildkröte. Okay. Oh, was ist das? Und dann kommt jetzt der Donnerkiefer. Ah, Achtung meine Güte. Blunder-Jaw. Ok. So. Okay. So. 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 I'd have to try it. nicht all genug, glaube ich. So. Boom. Er ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig mit uns. Ah, da habe ich mir schon gedacht. Boom. Haben wir ihn jetzt? Er ist immer noch da. Ai, ai, ai. What the fuck? Boom. Jetzt ist er endlich auch, Gott sei Dank. Huh. Ich bin eigentlich hinter, hinter, äh, turtle. Ja. Ich verstehe deinen Hetz, ja. Ei, ei, ei. Aber wir haben alles. Und das war ein wunderschönes, tolles Level. Ach du Scheiße. Er ist dann noch nicht fertig mit uns. Äh, okay. Okay. Oh. Ah, das war einfach nur ein Bait nochmal, oder was? Er hat die Insel kaputt gemacht. Oh. Aber jetzt seitlich. Uiuiui. Aha. Da muss ich ja ausnutzen, ne. Den bisschen ärgern. Ding, ding, ding. Sehr schön. Ah, da sind unsere Covers. Oh, und dann Spielung an Aloys Mutter, oder halt Klon. Ach, bei Sitz zu werden. Wie cool. Remote. Not. So. Haha. Sehr cool. Oh. Boom. Zurück ins Nest. Alle Bots gerettet. Nice. Und drauf. Hey, die haben ja das beschmiert. Okay, das wird geschrumpft, oder wie? Äh, welchen Bot haben wir denn gekriegt? Manchmal ja so. Wir haben doch gar kein Bot gekriegt. Hä? Doch, 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 Aloy. Okay, Aloy gilt das Wort, ne. Denk ich dann mal. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich Schrecksarbeit machen. So. Kannst nicht mehr reinlos werden. Oder? So. Hey, hey, hey. So. soo ne 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 soo dann geht doch und dann die andere Seite noch geht der wohl weg ich kriege den weg soo soo hier schön dauer machen soo Schrauben? Ernsthaft? soo normal kurzer steckverbindungen aber gut beim Raumschiff wäre es beispielsweise wenn es angeschraubt wäre wo es denn eigentlich heißt es müsste schon ausgerissen werden ne aber gut soo du 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 soo sehr schön okay okay was gibt jetzt noch ne ne soo okay und und tadaa ah jetzt kann das fliegen okay aber es fehlt doch noch der CPU soo yippie ja cool das ist schon eingehüllt nice soo und dann gibt es hier noch ein paar Bots wir haben die 300 wir haben die 300 und dann da da fehlen aber noch 5 Stück okay äh okay da kommt das Alien wieder was das? okay oh der Chip febt ab okay alle mann angriff hinterher wir wollen unser Dingens retten unseren Kern okay das ist der befechtungsmonos die ultimative plastischen Power oh 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 wie cool ist das denn war das sogar ein Smartphone oder was war das gerade? oh ha 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 alle alle Zaunigiliter ok soo 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 So Oh, ein Update Aua Aua, Aua, ich hab Leben Okay Waren wir es endlich? Waren wir es endlich, wuhu Weiter geht's Okay So So Aia, Aua, wir haben schon Unterstützung Speicher Slots Aiaiai Halt hier mal die Überblick Einfach draufhalten Eieiei Okay Unfeuer Oh Mann Ich muss mit dieser blöden Joystick Steuerung klarkommen Aia Aia So So leicht So Sehr schön Seh ich überhaupt? Ah, vier Stück gibt's Das sind genau die alle, die uns auch gefehlt haben So 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 Sehr schön I play session 2 Wie heißt es jetzt? Kinect auf Bei Bei Xbox Heißt es denn bei Playstation So Aiaiaiai Da will einer fliehen Aiaiaiai So 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 Okay Rein die Power Und rein da So Aua Nein, ich hab das Schiffsteil verpasst Ja Okay, ich muss mich Nein, ich hab das Ich hab das eine Ding verpasst Ah Ja Ah Ah Oha Das war's schon Kann ich mir irgendwie nicht Boss stellen Ne Ah, ich wollt schon sagen Kein Bossfight Unwahrscheinlich So Nach erlos nur mein alter Maus Okay, ich bin Jumbo Ja Oh Okay Okay Ja 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 Boin, boin. In seine Fress. So. Hä? Stände wegfloppen, oder was? Nein. Oh, okay. Man hits, okay. Bumm. So. Schade, ich habe immer noch einen zweiten zu kriegen. So, okay, weiter geht's. Hello. Einmal Hund, okay. Was? Okay, F. So. So. Oh. Oh, komm her. So. So. Bumm. Oh, es waren nur drei. Ich hatte vier Runden. Sei bei mir besügt. Cool. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Yay. Er ist wieder da. Bumm. Ein langer Prozess. Haben wir keine Zeit? Ja. Wuhu. Dead, dead, dead. Dead, dead. Was kommt jetzt? Oha. Wuhu. Oha. Oh, das war. Oha. 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 Oh. Oha. Oha. Bumm. Hohoho. So. Ja, Bumm. Oh, er will uns mitnehmen. Oh, Kratos. Junge, halt die fest. Und er lässt uns los, um die Hölle zu retten. Ja. Nein. Wir können nicht dort sein. Also, Rob. So endet Astro Bot nicht. Aber es laufen Credits. Oh, komm, da ist auch so traurig. Ja, da, warte. Ich tolge zurück. Okay, gut. Da kommen wir wieder. Ja, da kommen wir. Bumm. Äh. Es geht zwar nicht gut, aber... Oh, nein. Müssen wir uns reparieren. Ach, auf! Was hast du für eine Idee? Hast du so einen Arm? So. Wache auf! Wache jetzt auf! Oh. Wo haben sie denn die ganzen Ärmchen plötzlich her? So. Noch einmal was. Oh. Jetzt müssen wir den einfach zusammenbauen. zack. So. Wir erinnern uns ja auch daran. Wir waren ja Anfang vom Spiel auch kaputt, ne? Äh. Jetzt haben wir einen Bein glitscht ein bisschen. Ja, los. Ein Herz. Oh. So. Zack. Bumm. Und er steht wieder auf. Was sind wir eigentlich? Wenn wir ihn im Arm halten, by the way. Da ist er ja. Sehr schön. Haha. Nice. Alle haben es geschafft. Sehr cool. Astrobots. Yeah. Jetzt das Logo wieder schöner. Let's go. Abspann-Aufprall. Okay. Hey. Game Design. Ah, wie cool. Wie cool. Das ist der beste Endscreen ever. Guckt euch das an. So macht man Endscreens. Wow. Wie cool. Oh, wir dürfen sogar Steuerung-Programmierer. Ah, wie cool. Oh. Okay, verzeih mir einem. Art Direction. Yeah. Warm, warm, warm. Zeige ich dir deine Art. So. Hui. War so schön. Ah, wie geil. Ja. Land ist geil. Hui. Und boom. Ah, wie cool. 3D-Modeling. Das darf nur noch mal alles sein. Ups. Boom. Boom. Ja, tut mir leid. Ah, wie cool. Ah. Ah, ja. Animation. Ah, dui. Ah, so. Ihr gebt mir eine. Das ist nur so zart nach oben. Und wir werden gespulstet. Woohoo. Concept. Ah, was. Wir dürfen die Zeit verlangsamen. Du, 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 du. So. Special Effects. Ah, wie cool, ey. So, was kommt jetzt? Eine Gatling Gun. Okay. Cool. Bam, 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 bam. Nimm das entwickler. Hahaha. Dadadadam. Bam, 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 bam. Hehehe. Bam, 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 bam. Hui. Hehehe. Technikulat. Ohioioioi, ja. So. Da kam ja dann nochmal Gegner. Uh, Sounddesign. Platsch. Hui. Ich platsch euch einfach alle weg. Cool. Hahaha. So. Ich höre voll, du bist so, hast du als Aufgabe, jeden Entwickler in dem Spiel wegzuklatschen. Ohioioioi. Oh, ein Geschenk. Unsere Speicherkarte, ja. And you. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Hui. Oh. Hahaha. Wie cool. Thank you for playing. Oh, es war mir eine Freude. Es war mir eine sehr große Freude. Oh. Das Spiel ist insane gut. Muss ich einfach mal sagen. Ja, wir überspringen das Ganze. Es sind alle super Leute, die arbeiten. Wir haben einen wunderbaren Job gemacht. Wir wollen aber noch eine Sache erledigen. Oh, was gibt es jetzt? Ah, okay. Weil die Galaxie entdeckt. Ab sofort kannst du den aufgeregten letzten Kampf mal wieder nachstellen. Ja, das wär ja eh, weil... Mal gucken und zwingt mich da noch ein Puzzleteil. Und das brauchen wir für noch Achievements. Und das brauchen wir für noch ein Puzzleteil. 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 Vielen Dank.